Von Agatha Christie, der hohe Priesterin der Spannung, kommt ein atemberaubender neuer Film. Rendezvous mit einer Leiche. Glück und Gesundheit. Er ist eine Einladung zum Mord. Mord? Wo? Nein, noch ist nichts passiert. Peter Ustinov spielt in diesem spannenden Krimi Agatha Christie's weltberühmten Detektiv Hercule Poirot. Bei allzu plötzlichen Todesfällen werde ich oft hinzugezogen. Bei der Untersuchung dieses Mordes wird er umgeben von einer Riege von Tatverdächtigen, die mit hochkarätigen Stars besetzt sind. Lauren Bacall, Carrie Fisher, John Gilgert, Piper Laurie, Hayley Mills, Jenny Seagroff, David Sohn. Wer ist das Opfer? Hören Sie, Ihre Stiefmutter ist tot. Sie wurde nicht ermordet. Ich glaube ja. Wer ist der Mörder? Sie meinen also, sie steht unter Verdacht? Mein bester Könner, natürlich steht jeder unter Verdacht. Dann habe ich eine weiß gekleidete Person gesehen. Sie hat mich gezwungen, das Testament zu verbrangen. Sie müssen verstehen, wir haben alle so gelitten. Auf einmal hat sie mit einem Araber Streit angefangen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich bin total... Nur einer kann das düstere Spinnengewebe durchdringen. Und wieso halten Sie sich eigentlich zufällig immer da auf, wo ein Mord geplant wird? Das Testament ist weg. Was sollen wir machen? Wissen Sie, wer es getan hat? Warten Sie doch bis Mitternacht, Körner. Peter Ustinov als Hercule Poirot in Agatha Christie's Rendezvous mit einer Leiche. Hören Sie, mindestens einer von Ihnen ist allerdings sehr schuldig.